Ich habe die Maschine gar nicht genommen. In den letzten Tagen habe ich erfahren, was es heißt, wenn man zusammengehört, wenn man für einander da ist. Jetzt weiß ich, was wichtig ist, ist nicht, was man so nennt. Ich weiß nicht, was man ist und wie man alles kennt. Ich kenn die Regeln, ich beherrsch das nur, doch all das ist anders nicht. Was wirklich nicht ist, weiß ich, was toll ist. Was wichtig ist, das ist nicht, was du hast. Nicht auf dein Leben, wenn du heute hast. Ich will nur keinen Tag zurück schreit, doch habe ich auch nichts gedacht. Was wirklich wichtig ist, weiß ich jetzt wohl nicht. Ich sollte mehr, was es auch auch, kein Sternwort mehr für mich. Jetzt stehe ich da und fühle ganz klar, als ob es ist nicht zu ihr. Ich dachte, dass ich glücklich bin, wenn du da bist. Ich kann nicht über den Tag zurück schreit, doch alle ganz klar, als ob es ist nicht zu ihr. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Applaus